eine ganz drauf damit der haken versteckt ist und eine nur minimal aufspießen damit ihr schön spiel habt in dem köder so ein bisschen saft drauf abfahrt ja wie cool ist das? Nummer 2 auf Troutcatcher. Ey wir haben gerade meine abgefilmt und dann beißt es bei dir. Wenn sie jetzt noch passiv auf den Gummi beißt wäre geil. Ich habe den Gummi einfach so reingeschmissen. Nummer 2 Zack, reingesprungen. Ja und vor Hauf kommt auf meine lieben Freude. So schnell ging das jetzt. Wir waren gerade noch in Gedanken, haben die Angeln gerade drin und schon konnten wir wieder zwei schöne Forellen überlisten. Ja. 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 Ja.